Oh Hammer, ich hoffe du hältst noch durch. Sonst muss ich gleich in meine Heimat reisen. Äh, das stimmt aber nicht. Ich hasse dich, Kies. Echt. Kies ist so mein Hassprodukt. Wir knüppern das schon wieder? Wir knüppern das schon wieder. So. Ach ja, das wird bestimmt was ganz Feines, was wir hier bauen. Man muss es ja selber glauben, ne? Sonst ist es halt doof. So. 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 Das ist die Frage. So. 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 So da drauf. Gut. Ich dann hasse den Kies. Kies. Wunderbar. Wunderbärchen. So viel Material, dass hier rumfliegt. Ja, ich versuche schnell zu machen. Aber, äh... Ja, klappt halt nicht immer, ne? Wie man sieht. Was haust unter uns? Werden wir es hier rausfinden. Was habe ich? Wie kann ich nicht? Äh... Wie kann ich nicht? Was geht? Was ist hier? Wie ist hier? Wer in den Boden ist, bin ich. Ich hab michres. Aber dann kann ich nicht. Ich bin hier, dass ich nicht. Aber dann kann ich nicht. Ich bin jetzt mal klar. I wögel. Gut, ach ja. Ich bin da ja ein Fan von, ne? Von diesem stumpfen, monotonen vor sich hin düdeln. Ich bin da voll der Fan von, ich weiß nicht warum. Klar mag ich auch mal schön, wenn es richtig kracht. Ich bin da ja in anderen Projekten. Einfach mal so Kopf aus. Ist schon geil. So Freunde, ich habe ein Problem, dass es zu lösen gilt. Scheiße. So. Also. Äh. Hehe. So. Ich habe nicht die passenden Steine, Freunde. Ich habe nicht die passenden Steine. Da haben wir nur Glück gehabt. Ja, na, na. Ich habe nicht die passenden Steine. Okay. Ja, und dann kommt nachher wieder mein Lieblingsthema. Feinheiten. Feinheiten. Feinheiten machen. Jetzt geht es wieder glatt auf. Ich verstehe das manchmal nicht. Ich verstehe das manchmal nicht. Ich glaube es regnet schon wieder da draußen. Ich habe immer noch keine vernünftige Playlist rausgesucht. Gut. Man braucht doch eine Playlist, wo es keinen Ärger gibt. Ich habe da ja die Musik von den Fichtners. Aber man weiß ja nicht. Bin ich noch nicht zugekommen. Alter, echt? Ich verstehe das manchmal nicht zugekommen. Alter. Ernsthaft? Ich komme nicht mehr raus. So. Ah je. Oh je. Ich muss mal eben kurz zum Lager. Schon wieder dunkel oder immer noch? Warum ist es nicht? Hallo wer ist das Lager? Ah. Hör mal. Ah. 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 Läuft doch hier. Ah. 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 Ich weiß auch nicht nicht, warum ich den Marmor mit mir rum schleppe. Ah. Ah. Speckstein, 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 wenn es jetzt noch leuchten würde, das wäre natürlich der Knaller. Der Hammer muss noch ein bisschen durchhalten. Hallo? So, Freunde, das geht aber nicht. So, wir arbeiten jetzt hier in kleinen Schritten. Bam, 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 bam. War klar. So, guck mal, wir haben es doch bald. Dann ist das ganze Gebäude erstmal, ja, dann müssen wir noch die Erde da wegkloppen. Oh. Hands off. Kees. Oh. Kies. Ja, was soll ich dir dazu sagen? So, machen wir mal. Wer weiß, wie es von außen aussieht, ne? So, alle schön mit den Blöcke zustellen, du. Komm, komm, komm. Ja, und dann müssen wir gleich noch eben passend die Lichter alle positionieren. Oh, wir müssen erst mal was essen. Erst mal ne lecker hier. Einer reicht? Ja dann. Ja dann. Dann reicht einer. So, Hammer, Hammer. Nein, da geht er hin. Da geht er hin, der Hammer. Dammt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ärgerlich Den Boden, den machen wir jetzt noch fertig und werden was mit der Hacke machen Und dann werden wir uns gerne Heimat begeben Auf unserem wunderschönen Pfade Autorepail? Nein, hat er nicht Oh, der hält noch was aus Der wird uns nicht im Stich lassen Don, 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 don Ja, komm, zieh's durch, Junge Zieh's durch, wir haben's gleich Scheiß Kies So So Untertitelung des ZDF, 2020